Hallo, ich bin Dirk. Ich bin Mitglied im Motorradclub Kohle-Wampe. Das ist ein linksorientierter bundesweiter Club. Als solcher unterstützen wir auch gerne soziale Projekte oder linkspolitische Veranstaltungen. Hierüber habe ich auch Kontakt mit dem Allerweltshaus bekommen und davon erfahren, dass Helfer für umfangreiche Baumaßnahmen für den Bezug der neuen Location benötigt werden. Als begeisterter Heimwerker stand für mich sofort fest, dass ich bei diesem Projekt mithelfen möchte. Inzwischen habe ich schon mehrere Arbeitsansätze mitgemacht und viele tolle neue Leute kennengelernt. Unter anderem auch Hadi, mit dem ich gemeinsam auf einem hohen Gerütz stand und Teile einer Wand verputzt habe. Wir hatten viel Spaß mit der ersten Spachtelmasse, die leider so überhaupt nicht als Wandputz zu gebrauchen war. Der zweite Versuch mit einer anderen Mörtelmasse war dann aber zum Glück ein voller Erfolg. So viel erstmal zu mir und meiner Motivation hier mitzuhelfen. Wenn ihr mich seht, sprecht mich doch einfach an. Bis dann, der duk. Der duk. Der duk. Der duk. Der duk. Der duk. Der duk.